hallo da bin ich mal zu einer weiteren folge der menschen oder und daily shop news und combo masteries mit mir immer gleich ja leute wir haben wieder ein paar kommentare old man schneider ich habe steakhouse als pre-combo auf deinem level ist die auf jeden fall ganz nice also ist cool so congrats dafür jonas bock wieder geiles video und ich habe 50 insgesamt also mythic stones und was sind krebs im shop bei dir dann machen wir jetzt mal folgendes waren das jetzt mal hier weg und dafür machen wir das jetzt mal hin 95 dollar sind 50 krebs bei mir oder eben hier 1150 krebs für 119 dollar also umgerechnet in etwa 100 100 euro für 1150 krebs so dann gehen wir hier wieder zurück und ja schau mal hier rein was haben wir daher nach wie vor den mythic boomhauer mit mamas altmundsche geheimnis schatulle dann geht es weiter hier haben wir die mythic hailey mit dem ist sie ist und neil goldman karls und bilder auf jeden fall eine ziemlich coole box so dann ist jetzt rausgekommen die dog box mit betsy spirit new brian goggles cat mac griffin und lois griffin davon bin ich jetzt weniger begeistert muss ich sagen mac griffin und lois griffin sind jetzt nicht unbedingt die karten nicht gerne hätte betsy ist jetzt auch nicht so mein fall naja interessanter ist dann die down to the bone sale box mit down to the bone new brian goggles hat karls peter und bilder die macht dann schon ein bisschen mehr spaß also wenn eine von den beiden würde ich die down to the base down to the bone sale box wählen so mein lieber soll jetzt habe ich fast den knoten deswegen so dann sind wir auch schon in der mastery und dann schauen wir mal da ganz kurz rein was da aktuell am start ist hier haben wir hier haben wir die lila balloon art und das ganze ding sieht folgendermaßen aus ist eine lila mit kunst karten kommt relativ viel gas bei raus und cripple und das eigentlich gar nicht mal so schlecht die habe ich auch schon diverse male selbst gespielt also macht auf jeden fall sinn ist jetzt die frage ob man jetzt 500 gems also ich gebe dafür keine 500 gems aus aber du bist ja ich war ja auch mein doktor soll so jetzt geht es weiter in die nächste kombo das ist hier der hinternschrank oder bad closet da wird das falsche hier mit dem gene und auch wieder mit kunstkarten die einzige die da allerdings in frage kommt ist die pass so ja dann kommt dann hier motivieren auch krippel all bei raus ist auch nicht die schlechteste kombo jetzt auch nicht der oberbringer aber ist nicht schlecht also krippel all ist immer gut definitiv hier unten die stärkste mit der louis mythic louis und was so ja hätten wir elffach motivieren und zehnfach krippel all dass da geht schon was aber eben auch hier wiederum 500 gems würde das kosten so oder haben die dranken und die dranken ist eine karte die ich früher sehr gerne gespielt habe heute er nicht mehr so also da habe ich dann doch andere karten und ich habe dies lubeck klar aber nicht im deck aktuell und dann haben wir hier den peter mit bei können wir ganz kurz das ding maxen und können wir schauen was dann passiert hier ja 18er mauer elffach berauscht 15 78 so damals hätte ich wahrscheinlich in 1000 f ausgegeben also 1000 steine natürlich keine 1000 euro jetzt inzwischen nicht mehr aktuell nicht mehr so dann haben wir hier die pte rivalität eine recht interessante kombo für die linda belcher mit der tom landry middle school die die jetzt kommt der educated bg und da macht die dann schon durchaus sinn hier aber linda belcher spiele ich jetzt auch nicht wirklich also linda belcher ist auch nicht so der oberbrüller mal ganz kurz reinschaut bei der linda belcher was dafür kam wo es zustande kommen gut jetzt hier little king trash mouth ist natürlich geil das wusste ich jetzt nicht dass das mit der linda belcher neu gemacht wird das war gar nicht gar nicht aufgefallen ist ja auch noch relativ neu wie ihr seht hier dann haben wir hier mustachemaker das finde ich jetzt nicht wirklich toll da habe ich die fighter karten was also deutlich viel besserer kombos gab es schottländer ja sieht ganz gut aus mit motivieren punch und cheers ist echt nicht schlecht dann haben wir hier wieder diese high school linda bodyguard und hijack working song das ist nicht interessant bad trivia und letztendlich nur crazy hast und ein paar leben mit hinzu bekommst wenn eine komo gespielt wird draw me linda mit einer bombe ravenous porcelain babies sie sind nicht schlecht dragon costume freezer dome linda jacht streams wine pouch tap of the packing order das sind alles kombos die sind jetzt echt nicht so nicht so wirklich der bringe ja also da sind ein paar dabei die sind ganz gut die pta rivalität ist wahrscheinlich eine der stärksten wenn man jetzt mal davon ganz oben absieht und linda mermaid grausam ja der laser racer ist noch ganz cool aber das war es dann auch schon so ziemlich gewesen little king trash mouth ist natürlich geil ja aber naja deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt die linda mit reinnehmen wegen einer einzigen geilen kombo oder vielleicht zwei ja wenn euch das ding geholfen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da würde ich mich riesig drüber freuen schreibt was in die kommentare ihr seht ja ich liebe es eure kommentare zu lesen und auch zurückzuschreiben also das heißt zurückzuschreiben ich kommentiere ich antworte ja immer in den videos hier ne so und abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben soll und läutet die glocke und schaltet das nächste mal wieder an wenn es wieder heißt animations rolldown mit dem herrn gleich haut rein macht's gut bis dann und schön